Wolfgang Benz, Historiker, Direktor des Zentrums für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin von 1990 bis 2011, also gute zwei Jahrzehnte. Wenn wir versuchen, das Erbe des Antisemitismus zu begreifen, also was ist Antisemitismus, dann unterscheiden Sie vier Varianten. Ich unterscheide den christlichen Anti-Judaismus, also das, was die längste Zeit, die längsten Jahrhunderte geherrscht hat, die Ablehnung des Jüdischen aus seiner Religion heraus, dann diese sensationelle Modernisierung im 19. Jahrhundert, der moderne Antisemitismus, also der Rassen-Antisemitismus, der sich wissenschaftlich gibt und seinen Höhepunkt im Holocaust in der Ermordung von sechs Millionen Menschen findet, Dann den sekundären Antisemitismus, also eine Judenfeindschaft, die aus Scham und aus Schuldgefühlen entstanden ist, ein Antisemitismus nicht trotz Auschwitz, sondern wegen Auschwitz. Und viertens, das ist die aktuellste, die virulenteste Form, eine bestimmte Feindschaft gegen Israel, ein Antizionismus, der die Juden in ihrer Gesamtheit als Kollektiv meint. Wenn wir heute auf die Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik sehen, auf die Adenauer Republik, dann haben wir durchaus demokratische Parteien mit starker antisemitischer Mitgliedschaft. Von Naumann bis Möllemann gab es eine Linie. Wie stellt sich dieses Erbe des Antisemitismus dar? Wie verstehen Sie das? Sind das einfach biografische Elemente, die verbleichen? Nein, das sind Einstellungen. Und da hat sich deshalb auch ganz wenig geändert gegenüber der Nachkriegszeit. Es gibt natürlich in Deutschland keinen Antisemitismus, der jetzt durchs Dorf rennt mit dem Messer in der Hand und schreit Juden raus. Das ist politisch gar nicht, Gottlob, nicht möglich in unserem Land. Aber die Einstellung, dass der Jude doch etwas anderes ist, etwas Gefährliches, etwas Unheimliches, diese Einstellung gibt es natürlich und Meinungsumfragen bestätigen das immer wieder. Wenn man jetzt beliebig auf der Straße fragt, glauben Sie, dass Juden zu viel Einfluss im Theater, in der Kultur, in der Börse, in den Zeitungen, sonst wo haben, antwortet ein erheblicher Teil der Befragten mit Ja, das gehört zu Grundüberzeugungen. Glauben Sie, dass Juden bestimmte Eigenschaften haben? Also diese Fremdheit, dieses Gefühl der Mehrheitsgesellschaft, die Minderheit sei konstitutiv anders, habe andere Eigenschaften, anderen Charakter, dieses Gefühl besteht natürlich so ungefähr bei 20 Prozent der Menschen, bei jedem fünften Bundesbürger nach wie vor. Ist das eine Besonderheit der Deutschen, diese 20 Prozent mit antisemitischer Einstellung, diese 30 Prozent mit latent antisemitischer Einstellung, demgegenüber in Frankreich ja eine viel wirksamere antisemitische, rassistische Bewegung, die von Le Pen wirksam gewesen ist? Insofern ist es eine deutsche Besonderheit, als bei uns der Level ziemlich niedrig ist und dass es sich mit der politischen Kultur der Bundesrepublik nicht vereinbaren lässt, Antisemitismus, Judenfeindschaft in welcher Form auch immer öffentlich zu machen. Das unterscheidet uns. In Polen gibt es noch einen traditionellen, insbesondere von der katholischen Volksfrömmigkeit getragenen Anti-Judaismus, der auch vielfach bedient wird. In Frankreich gibt es noch einen stark ausgeprägten Rassen-Antisemitismus, der auch politisch agiert wird. In anderen Ländern, in Russland ist der alte Antisemitismus der Zarenzeit wieder auferstanden. Bei uns gibt es die stärksten Dämme dagegen. Das wollen wir uns natürlich in der Welt nicht nochmal nachsagen lassen. Wir seien unverbesserlich oder hätten nichts gelernt oder der Deutsche sei nun besonders prädestiniert. Also es gibt bei uns einfach mehr Bremsen und mehr Hemmungen. Aber im tiefsten Privaten bleibt natürlich die Reserve, bleibt das Ressentiment gegen die Juden bestehen. Wolfgang Benz, bedeutet das, dass die bundesrepublikanische Gesellschaft, dass das deutsche Sozialwesen die Ausgrenzung, den Feind, den Fremden, das Negativbild für seine eigene Definition benötigt? Ja, das gehört zum Wesen des Vorurteils, dass man andere stigmatisiert, dass die Mehrheit ihr Selbstbewusstsein wesentlich dadurch konstituiert, dass es andere gibt, die schlechter sind, die anders sind, die nicht diese herrlichen Eigenschaften, die die Mehrheit auszeichnen, haben. Ein Jahr nach der Wende sind Sie Direktor des Instituts für Antisemitismusforschung geworden, bis 2011. Das war doch ein wunderbares Biotop, was Sie vorgefunden haben, nämlich diese Ungleichzeitigkeiten in Deutschland West und Ost, in der Sie Zeuge geworden sind von fremdenfeindlichen Ausschreitungen, von rassistischen, von antisemitischen Schmierereien. Wann haben Sie diese Gelegenheit genutzt, um Forschung zu machen über Friedhofsständungen, über die Einstellung der Jugendlichen in Deutschland Ost, in Deutschland West? Ja, natürlich habe ich mich nach Kräften bemüht und als Historiker, als Zeithistoriker, der von München nach Berlin kommt in dieser dramatischen Situation, es wäre sträflich gewesen, sich jetzt in die Geschichte des 19. Jahrhunderts zu vertiefen. Das hat mich alles brennend interessiert. Die Dissertation, die ich angeregt habe zu den Friedhofsständungen in der DDR, erscheint in einigen Wochen. Manches braucht einfach dann auch seine Zeit. Meine Mitarbeiter und ich, wir haben uns also dann sehr auch bemüht, Feldstudien auf dem Territorium der DDR zu treiben, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, Kontakte aufzunehmen, Erfahrungen zu studieren und die Ergebnisse zu konservieren. Zu den leidvollen Erfahrungen gehört es, dass es mir damals nicht gelungen ist, eine flächendeckende große Umfrage unter der Bevölkerung der ehemaligen DDR durchzuführen, ihre Einstellungen gegenüber Juden. Das wäre ungeheuer wichtig gewesen. Ich bin auch von Pontius zu Pilatus gelaufen, um das Geld dafür herzukriegen. Aber man hatte 1991 andere Sorgen, hatte andere Möglichkeiten, Geld zu vernichten und rauszuwerfen im großen Stil. Also diese Komplementärstudie, die unsere Kenntnis über die Einstellungen in der Bundesrepublik ergänzt hätte, die uns wichtiges Material geboten hätte, die hat sich leider nicht machen lassen. Aber wir haben sonst, glaube ich, getan, was wir konnten, auch um dem Problem, dem neuen Phänomen offener Gewalt auf die Spur zu kommen. Ich habe dann eine Arbeitsstelle Jugendgewalt und Rechtsextremismus im Zentrum für Antisemitismusforschung gegründet, die immer noch notwendig ist und erfolgreich arbeitet. Wie haben sich die vier Jahrzehnte der Entschuldung ausgewirkt? Die vier Jahrzehnte, die im Osten in der DDR, die DDR als der sozialistische Bruderstaat galt, die Faschisten waren alle in Westdeutschland und haben dort im neuen Deutschland nach weitergewirkt. Diese Einstellungen gibt es ja heute noch. Auf die stößt man immer noch. Und als Beweis für den faschistischen Zustand der Adenauerrepublik gibt es natürlich unzählige Namen. Der heißt nämlich Glopke. Und immer wieder wurde mir dieser unglückselige Glopke entgegengehalten. Kein Vortrag, den ich irgendwo hielt, also nicht mit dem satten Selbstbewusstsein. Ihr hattet ja alle Nazis. Ja, bitte nennen Sie mir alle Nazis. Glopke. Weiter war dann, ja gut, dann kam auch dieser armselige Lübcke, der nun wirklich kein Nazi war, aber nach DDR-Propaganda ja ein ganz bösartiger KZ-Baumeister gewesen sein soll. Also das Bewusstsein, wir sind der bessere Staat, wir waren die bessere Gesellschaft, arm aber moralisch, denen ungeheuer überlegen. Ich habe auch den Mechanismus verstanden, man kann ja nicht gleichzeitig verarmen und auch noch gedemütigt werden. Man muss da etwas übrig behalten. Dieses Bewusstsein ist dann auch ganz schwer zu bearbeiten und diese Einstellungen sind schwer aufzulösen. Hans Glopke war Adenauers Berater und hatte während des Dritten Reiches den Kommentar zu den Nürnberger Gesetzen geschrieben. Aber wie hat sich das innen auf den Umgang mit Fremden in der DDR und nach dem Zusammenbruch der DDR auf die Bevölkerung der neuen Bundesländer ausgewirkt? Fremde waren ja vor allem als Feinde konnotiert. Aber im sozialistischen Ausland waren es doch Brudernationen. Die Sowjetunion, die Vietnamesen, Angola, das waren alles Bruder. Naja, von Angola und von Mosambik, da hat man weiter nicht viel mitgekriegt als etliche ghettoisierte und kasernierte Fremdarbeiter, die also peinlich daran gehindert wurden, Kontakt mit der Bevölkerung zu haben. Von dem nächsten Bruder folgten Polen, hielt man wenig. Und auf der anderen Seite war ein Feindstaat die Bundesrepublik. Also man war irgendwo von Feinden umgeben. Das eine war Deklamation, die brüderliche Internationale, an der man aber wenig teilhaben konnte. Es war ja auch nicht ganz furchtbar leicht, jetzt mal schnell Urlaub am Schwarzen Meer in Sochi zu machen. Also man war da eingeschlossen, war unter sich und wurde aber pausenlos mit den Bildern von gefährlichen Fremden gefüttert. Etwa Israel war ja nun in der Vorstellung des DDR-Bürgers ein feindlicher Aggressorstaat, feindlich gegenüber seinen Nachbarn, ein imperialistischer, rassistischer. Es schwindelt einem, wenn man die offizielle Definition liest, mit der Israel bedacht wurde. Das hat ganz erhebliche Nachwirkungen im Bewusstsein und erlaubt dann auch Gefühle und negative Einstellungen gegenüber Juden zu kanalisieren. Für die gab es mindestens in der DDR keine andere Möglichkeit, als die mit Israel zu identifizieren. Und nachdem Israel als ein so böser, von Grund auf böser, illegitimer Staat gezeichnet war, war es vollkommen klar, alle Juden waren böse, man musste aber nicht weiter über Antisemitismus reden. Wolfgang Benz, helfen Sie mir. 1997, da sind Sie mittlerweile schon sieben Jahre Direktor des Instituts für Antisemitismusforschung in Berlin. Da sind Sie nicht von der Gewaltbereitschaft gegen Randgruppen der Gesellschaft, die da zugenommen hat, in Ostdeutschland überrascht. Sie wiegeln ab und sagen, nein, ich halte das für keine neue Entwicklung. Und vor allem frage ich mich, ob jede kriminelle Handlung gegen Ausländer eine rechtsextremistische Tat ist oder ob es sich bei den Motiven nicht um sozialen Stress und Frustabbau handelt, der dann dem Spektrum zugeordnet wird. Erklären Sie. Also ich wiegle überhaupt nicht ab. Ich habe noch nie in meinem Leben abgewiegelt, wenn irgendwo Gewalt geübt wurde. Ich mag nämlich Gewalt nicht. Aber ich wollte damit warnen, ich tue das auch weiterhin, vor diesem billigen Konzept, was ja in der Politik ständig angewendet wird. Haltet den Dieb. Oh Gott, das sind alles Rechtsextreme, das sind Neonazis. Ich will damit sagen, das beginnt weit tief in der Gesellschaft, in der Mitte der Gesellschaft. Denn wenn wir das alles dann nur auf die Gewalt, Antisemitismus, Bösartigkeit gegen andere Gruppen jetzt als rechtsextrem, als neonazistisch definieren, ja dann sind wir ja nun wieder sehr fein heraus. Dann ist es wieder eine Minderheit, die wir stigmatisieren, die böse ist und wir alle sind dann aber gut. Ich wollte damit deutlich machen und ich werde auch nicht müde, das weiterhin zu tun. Der Frust entsteht in der Mitte der Gesellschaft und der Frust sucht nach Entladung. Wenn, wie ich gestern wieder hörte, am Bahnhof Alexanderplatz in Berlin. Oh Gott, nichts. 金 Lindner. Danke, Herr." Danke, Herr. Danke. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Untertitelung des ZDF, 2020